Roter Punkt, oder? Ist schon eine Aufnahme. Safe! Ey, du musst jetzt was sagen. Ich komm jetzt mit dem Ding. Oh, krass. Servus, Leute! Hab ich dir? Der Corona will ja noch was sagen. Ja, grisst's eigentlich. Was sagt denn sowas? Du willst doch was sagen. Achso, wir wünschen euch alle frohe Weihnachten. Guten Rutsch! Servus! Frohe Weihnachten. Was sag ich jetzt sonst? Frohe Weihnachten. Alles zusammen, frohe Weihnachten. Servus Fans, wir wünschen euch... Frohe Weihnachten! Servus vom Invalidenlager. Liebe Fans, wir wünschen euch frohe Weihnachten. Servus Fans, danke für all die Unterstützung. Merry Christmas and a Happy New Year. Hallo Fans! Herzlich Willkommen zurück zum Weihnachtsvlog. Also der Gascha ist jetzt einen Pulli angezogen und würde auch noch mal gern was sagen. Servus Fans, frohe Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Bleibt's geil und kämpft weiter ins Stadion. Merci, tschau. Tschüss. So, Christmas Vlog, Klappe die dritte, Yannick Kischer. Hallo liebe Fans, der Yannick war jetzt in der Maske und hat sich seine Haare gemacht und jetzt will er euch unbedingt was sagen. Was wollte ich denn sagen? Weihnachten. Ist noch nicht Weihnachten. Der Yannick wünscht euch auch frohe Weihnachten, liebe Fans. Servus Fans, wir wünschen euch schöne Weihnachten, die nächste Zeit mit eurer Familie. Wir sehen uns am Montag daheim gegen Landsberg. Wow! Wow! So, hallo liebe Freunde, zurück beim Christmas Vlog. Kischer hat jetzt die richtige Mütze gefunden und man sieht seine Haare nicht mehr. Jetzt kann er auch endlich was sagen. Hallo liebe Fans, das geht leider nicht. Frohe Weihnachten! Hey Freunde und Fans vom ERC, ich wollte euch ganz persönlich auch noch schöne Weihnachten wünschen, schöne Feiertage. Genießt die Zeit zu Hause mit den Familien, mit den Freunden und vielen, vielen Dank, dass ihr uns weiterhin so unterstützt, auch wenn das Jahr heuer natürlich schwierig ist, aber wir wissen das schon sehr wertzuschätzen, dass ihr alle weiterkommt und die Jungs unterstützt und keine negative Stimmung reinbringt. Genauso müssen wir zusammenhalten hier in Grafing und dann werden wir auch sicher den einen oder anderen Punkt noch holen für euch. Danke! Schöne Weihnachten! Liebe Fans, ich wünsche euch frohe Weihnachten und wir sehen uns bald im Stadion am 26. wenn wir die Landsberger River Kings weghauen. Bis dahin! Servus Fans, schöne Weihnachten! Servus, frohe Weihnachten! Servus, frohe Weihnachten! Servus, frohe Weihnachten! Hey, send greetings home! Greetings to home! Hey! Hey! Hallo! Komm hier auf, frohe Weihnachten! Komm hier auf, lass uns mal her! Komm hier auf, lass uns mal her! Hey, wir sind wieder auf, lass uns mal her! Oh, wir sind wieder auf. Ich bin da auf, lass uns mal her! Ah, servus Fans! Frohe Weihnachten! Macht es gut, feiert, schatz! Geh! Und dann sehen wir uns am Montag wieder, gell, ans Berg! Spangler. Ja, wir spielen ja noch ein paar Mal, bevor wir mal rutschen. Servus Fans, frohe Weihnachten, kommt's gut in den Feiertag rein. Ah, da hast du schon, komm. Aber ich muss das noch mal revidieren mit dem guten Rutsch. Das war wegen feierlich mit dem guten Rutsch, das schneiden wir raus. Ah, kaum. Servus Fans, frohe Weihnachten bis Montag gegen Landsberg, dann haben wir's weg. Jetzt gehen wir nachher in die Dusche schnell, dann haben wir's. Hast du schon, Gashi? Was? Hast du schon? Ja, ja. Hat er nicht, hat er nicht, hat er nicht. Lass mich da schnell den Pugel ziehen. Kischa! 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 Ja, frohe Weihnachten! Nein! Frohe Weihnachten! Frohe Weihnachten! Bitte schon! Passt ab! Frohe Weihnachten! Komm mal drauf! Tolle! Frohe Weihnachten! Ich hab dir doch auch diesen Bahn-Typen geschickt. Der sich so, komm, schau mal. Ja, 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 ja. Liebe Fans des ERZ! Na ja! Ja, 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 ja! Merk-Reize! So! Frohe Weihnachten von uns, also der Mannschaft an euch. Wir würden uns freuen, wenn ihr weiter ins Stadion kommt, jetzt vor allem. Weihnachtszeit! ist meistens endlich zum da und sonst noch ja wie gesagt frohe weihnachten feiert schien mit family und freunde und bis dahin auf wiedersehen ja wie mache ich hier stopp hey wir brauchen noch ein take also ich filme jetzt und dann machen wir drei 2 1 und sagt ihr alle gemeinsam nicht happy new year bitte ja ich zieh gleich runter ich muss euch erst noch drauf kriegen nein jetzt warte doch drei zwei eins war doch super so so so